Hi, heute befinden wir uns auf dem Wanderweg, hochgeschätzt zwischen Hagingen und Zwiefalten. Ein absoluter traumhafter Wanderweg. Du findest die exakte Beschreibung in meinem Roter Wanderbuch Hochgeberge und Löwenpfade. Anfangs begleitet uns der romantische Hasenbach. Dann wandern wir unterhalb des Schloss Ehrenfels. Jetzt sind wir im romantischen Glastal. Ein wunderschöner Wanderweg schlängelt sich durch das tolle Tal. Ganz dicht wandern wir entlang des Wassens. Im unteren Schweiftal steigt dann der Weg doch etwas steiler an und führt hinauf nach Hagingen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nachdem wir den Ort Hagingen gestreift haben, gelangen wir zu Acholterheil in Diegelfeld. Nachdem wir den Ort Hagingen gestreift haben, gelangen wir zu Acholterheil in Diegelfeld. Wunderschön breitet sich die große Heidefläche vor uns aus. Wunderschöner Wunderschöner Tömer Wunderschöner Tömer, latterm Contractor ZDF für Im Glastal können wir mehrere Höhnen bewundern. Dann gelangen wir wieder zum Schloss Ehrenfels. Schloss Ehrenfels